Susan Mallory. Der Schönere gibt nach. Gelesen von Luise Schubert. Erstes Kapitel. Versteh mich nicht falsch, aber ein Kater von deiner Größe muss alle vier Pfoten auf dem Boden behalten. Charlie Dixon kletterte weiter die Leiter hinauf. Ihr war bewusst, dass Daytona sie mit geringschätzigem Blick aus seinen großen grünen Augen betrachtete. Ein 26 Pfund schweres, schwarz-weißes Bündel des Missfallens. Er mochte ein ausgezeichneter Kletterer sein, aber seine Fähigkeiten, einen Baum wieder hinunterzukommen, ließen einiges zu wünschen übrig. Mindestens einmal im Monat beförderte er seinen flauschigen Wanst auf den höchsten Ast von Mrs. Coversons Ahornbaum und verlangte dann kläglich miauend, gerettet zu werden. Nach ungefähr einer Stunde bekam die alte Dame regelmäßig Panik und rief die Feuerwehr. Daytona, der seinen Namen Mrs. Coversons Liebe für alles, was mit Nascar zu tun hatte, verdankte, schaute böse und fauchte und drohte. Aber am Ende ergab er sich jedes Mal und ließ sich brav auf die Erde zurücktragen. Komm her, du, sagte Charlie und erklomm die letzten beiden Stufen der Leiter. Du hast doch bestimmt schon wieder Hunger und ich bin dein direkter Weg zum Futternapf. Wie auf Kommando legte die Katze die Ohren an und stieß ein beeindruckendes Knurren aus. Leere Drohungen, Großer. Charlie streckte die Hand nach dem Kater aus. Daytona versetzte ihr einen Schlag mit der Pfote, den man bestenfalls als halbherzig bezeichnen konnte, denn gleichzeitig robbte der Kater ein Stückchen näher heran und ließ sich anstandslos von ihr auf den Arm nehmen. Keine Sorge, rief jemand von unten vom Bürgersteig. Ich halte ihre Leiter. Charlie seufzte schwer. Zivilisten, murmelte sie. Wieso finden die immer ausgerechnet mich? Daytona enthielt sich eines Kommentars. Charlie schaute nach unten und sah einen Mann am Fuß der Leiter stehen. Alles in Ordnung, rief sie. Treten sie zurück. Aber jemand muss doch die Leiter halten, erwiderte der dunkelhaarige Mann. Nein, eigentlich nicht. Charlie klemmte sich Daytona sicher unter einen Arm und begann den Abstieg. Sie kletterte schnell, weil sie wusste, dass Daytonas Stillhaltevermögen nur knapp bis zur Erde reichte. Wenn er anfing, sich zu winden, liefen sie beide Gefahr, von der Leiter zu fallen. Dieses Mal kam es fast dazu. Daytona stemmte sich mit allen vier Pfoten gegen ihre Brust, dann drehte er sich in dem Versuch herum, den Rest des Baumes allein herunterzuklettern. Charlie hielt ihn und sich fest. Nicht nur, weil sie nicht von der Leiter fallen wollte, sondern auch, weil sie der alten Mrs. Coverson auf gar keinen Fall einen ramponierten Daytona übergeben konnte. Hör auf damit, schallt sie den Kater. Soll ich raufkommen? Fragte der Mann. Charlie fragte sich kurz, wie viel Ärger sie bekommen würde, wenn sie ihn mit ihren Stahlkappenstiefeln treten würde und ob es das wert wäre. Einige ihrer besten Freunde waren Zivilisten, aber bei Gott, es gab Leute, denen fehlte jeder Ansatz von Grips. Bleiben Sie zurück, rief sie. Treten Sie von der Leiter zurück und behindern Sie mich nicht bei meiner Arbeit. Ich behindere nicht, ich helfe. Bevor Charlie reagieren konnte, passierten mehrere Dinge auf einmal. Daytona drückte sich mit aller Macht von ihr ab. Charlie beugte sich vor, um den sich windenden Kater festzuhalten. Die Leiter geriet ins Schwanken, der Idiot von unten fing an, die Stufen zu erklimmen und alle zusammen durften sie einen Moment lang die pure Macht der Schwerkraft erleben. Daytona kam damit am besten zurecht. Er schlug seine Krallen in die Rinde des Baumes und raste dann nach unten. Charlie kam als Zweiter. Sie befand sich knapp zwei Meter über dem Boden, der zwar schnell näher kam, doch anstatt auf den Bürgersteig oder das Gras daneben zu stürzen, fiel sie auf den Kerl, der versucht hatte, ihr zu helfen. Während sie auf ihm lag und nach Luft rang, kam Daytona zu ihr und fauchte noch ein letztes Mal. Dann stakste er davon, den Schwanz steil in die Luft gereckt. Charlie robbte von dem Mann herunter, wobei ihr auffiel, dass sie mit ihren muskulösen 1,79 vermutlich mehr wog als schicklich war. Ohne Zweifel hatte sie ihm den Atem verschlagen. Wenn sie Glück hatte, war nur sein Stolz ein wenig angeknackst und sie könnte ihm eine Standpauke darüber halten, warum es nie klug war, sich dumm zu benehmen. Wenn sie Pech hatte, müsste sie einen Krankenwagen rufen. Alles in Ordnung? Sie kniete sich neben ihn und schaute den Mann zum ersten Mal an. Haben sie sich den Kopf gestoßen oder... Ach du heilige Scheiße. Das ist nicht einfach irgendein dummes Exemplar der Gattung Mensch, dachte sie und ließ den Blick über den perfekten Kiefer, die festen, vollen Lippen und, als er langsam die Lieder öffnete, die dunklen Augen gleiten, die von dichten, langen Wimpern eingerahmt wurden. Dies hier war vermutlich der am besten aussehende Mann des gesamten Planeten. Clay Stryker. Model. Hintern-Double. Seine Kehrseite war auf Anzeigen, in Kalendern und Filmen zu sehen. Er hatte einen umwerfenden Körper und ein noch umwerfenderes Gesicht. Er war ein Mann, für dessen Lächeln die Erde ihre Umlaufbahn ändern würde. Sie hatte ihn schon ein paar Mal getroffen, zum Beispiel auf der Hochzeit ihrer Freundin Heidi mit Clays Bruder. Außerdem wohnte Clay auf der Ranch, auf der sie ihr Pferd untergebracht hatte. Sie nickten einander über Stahltüren und Heubeilen hinweg zu, doch von so nahe hatte sie ihn bisher noch nie gesehen, zumindest nicht in Fleisch und Blut. Überhaupt war sie einem so makellosen Menschen noch nie so nahe gekommen. Widerstrebend musste sie zugeben, dass er sie ein wenig nervös machte. Es zuckte um einen seiner perfekten Mundwinkel. Hey, sagte er, ich hab dich gerettet. Charlie schnaubte. Wohl kaum. Hast du dir den Kopf gestoßen? Denn wenn ja, hoffe ich, dass dir dabei ein wenig Verstand eingebläut worden ist. Aus dem Zucken wurde ein Lächeln. Gern geschehen. Er setzte sich auf. Charlie legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ganz ruhig, Hitzkopf. Bist du verletzt? Du lagst in unserem Haufen ganz unten. Wir müssen sicher gehen, dass du dir nichts gebrochen hast. Mein Ego ist nur ein wenig verletzt, weil du so gar nicht zu schätzen weißt, was ich für dich getan habe. Du hast mich von der Leiter geschubst und uns beide damit beinahe umgebracht. Nein, dafür bekommst du tatsächlich keinen Keks. Sie stand auf und streckte ihm die Hand hin. Kannst du aufstehen? Das Lächeln wurde zu einem Grinsen. Verdammt, der Kerl sieht aber auch gut aus, dachte sie versonnen. Trotz der Tatsache, dass es beinahe zehn Jahre her war, dass sie einen Mann attraktiv gefunden hatte, zog sie etwas an seiner gottgleichen Erscheinung irgendwie an. Er ignorierte ihre Hand und stand in einer fließenden Bewegung auf. Mir geht es gut. Charlie, hast du dir etwas getan? Alles gut, Mrs. Coverson. Charlie versuchte nicht, die Zähne zusammenzubeißen. Ihre Zahnärztin hatte sie gewarnt, dass sie aufhören müsste, immer mit den Zähnen zu knirschen, sobald sie genervt war. Was die meiste Zeit des Tages zutraf. Mrs. Coverson stand mit Daytona auf dem Arm auf der vorderen Veranda. Hinter ihr stand Charlies Kollegin Michelle Banfield mit einem halb gegessenen Brownie in der Hand und einem etwas schuldbewussten Ausdruck in den Augen. Ich wollte gerade helfen kommen, nuschelte Michelle. Aber dann waren da diese Brownies. Schon okay, warf Clay ein. Ich war ja da. Charlie musste sich zusammenreißen, um ihm nicht einen Klaps auf den Hinterkopf zu geben. Das hier ist allerdings der einzige Ort, an dem du dich nicht befinden solltest. Es ist illegal, einen Mitarbeiter der Feuerwehr bei der Arbeit zu behindern. Wenn du das noch einmal machst, werde ich dich verhaften lassen. Anstatt entsprechend beeindruckt zu sein, grinste Clay nur. Du bist echt tough. Du hast ja keine Ahnung. Er streckte ihr die Hand hin. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast mich. Sie schüttelte den Kopf. Wie auch immer. Gut, danke. Und jetzt geh. Sie schüttelte seine Hand und spürte jeden Einzelnen seiner Finger. Er war mindestens zehn Zentimeter größer als sie. Alles interessante Fakten, aber keine, die irgendeinen Nutzen hätten. Als allererstes musste sie einmal ihre Männerphobie überwinden. Und wenn sie beschloss, das zu tun, wäre es garantiert nicht mit einem Mann wie ihm. Sie würde nach jemandem Ausschau halten, der Sicherheit versprach. Nett war. Normal. Außerdem, wenn sie so dumm wäre, sich von ihm angezogen zu fühlen, würde ein Mann wie er sich in einer Million Milliarden Jahren nicht für eine Frau wie sie interessieren. Männer verliebten sich in Supermodels und in Frauen wie ihre Mutter. Zumindest damals, als ihre Mutter noch jünger gewesen war.